Hiho, hier ist Ronja und zusammen mit der Easy haben wir die Kategorie Easy Cheesy. Hiho, hier ist Easy Cheesy und ich mach heute mich. Ich mach heute dich, was hast du? Ausnahmsweise. Kopfhörer, ich muss mir das schnell einprägen. Ich kann mich nicht bewegen, Ronja, bewege ich mich bei dir? Oh yeah, Kategorie Easy Cheesy, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Deine Haare sind nicht hier. Mause Ohren, Mause Ohren. Ja, was? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Hier sind deine Haare nicht. Meine Haare sind nicht da? Nee. Was hab ich denn überhaupt verhaarnet? Du hattest diese kleinen Hörnchen. Ich mach mir jetzt andere Hörnchen, aber mit langen Haaren. Es geht nicht anders. Nein, ich mach nicht, ich mach meinen Minecraft Skin, weißt du? Du machst deinen Minecraft Skin? Ja. Oh, okay. Okay. Ja. Willst du was? Ja. Ich bin nämlich kein blöder Nachmacher. Ja, genau. Was willst du denn machen? So, ich muss jetzt erstmal Mause Ohren finden hier. So, ich mach deine komische Mischung aus deinem Roblox und deinem Minecraft Skin. Das wird bestimmt wunderschön. Ja, danke, find ich auch. Du kriegst Hasenohren. Das ist auch okay. Äh, von mir aus ausnahmsweise. Oh, warte, nee, nee, ich hab Süße. Warte, 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 Rückzug. Rückzug der Hasenohren. Okay, ich muss sagen, an den blonden Haaren ändern wir auch nochmal was. Also die, die ich hab, die sind nicht schön. Okay. So, Mause Ohrenchen. Rosa. Sieht süß aus. Bis jetzt. Also ich bin richtig zufrieden mit meinem Outfit, muss ich sagen. Wieso das? Ich bin auf einem guten Weg, ja. Ja, das wäre auch schade, wenn du jetzt nicht gewinnst, ne? Das wäre schon peinlich. Oh nein, bin ich selber auf Platz. Das wäre schon peinlich. Da würde ich schon sagen, uff. Ja, auf jeden Fall. Fehl gescheitert. Ich rede heute nur Mist. Fehl gescheitert. Irgendwie jedes Wort, was bei mir rauskommt, ist ein... Nee. Ich bin heute fehl gescheitert. Ich bin heute fehl gescheitert. Ist das eigentlich gut, wenn man fehl scheitert? Ja. Also ich meine, eigentlich ist man dann noch nicht gescheitert, oder? Das ist ziemlich schwer zu sagen, aber ich denke. Es ist eine dünne Linie. Oh, warte, was nehme ich mir für ein Tier? Ist hier irgendwo ein Schwein? Ja. Oh Gott. Komm mit, Schwein. Das sieht gar nicht aus wie das, was... Hä? Das geht nicht. Oh Gott, das ist furchtbar. Oh, egal. Ich nehme jetzt das. Manchmal muss man nehmen, was man kriegen kann, wenn man nur noch eine Minute hat und immer noch in Unterwäsche rumläuft. Nein! Hast du noch keine Sachen an, oder was? Nein. Oh mein Gott. Aber das ist gar kein Problem. Ich finde ja noch was. Ja, ja, genau. Was hast du denn normalerweise für... Du hast dieses Mausekostüm, gell? Yeah. Aber das kannst du natürlich hier in Roblox nicht machen, ne? Das ist schon klar. Das ist schon klar. Das ist schwierig, ne? Ähm, ja, schon ein bisschen. Oh, die sieht auch voll süß aus. Du setzt mich unter Druck. Oh, die hat sich richtig hübsch gemacht. Nur mit... Äh, die sieht aus wie ich mit schwarzen Haaren. Du setzt mich unter Druck. Das ist auch nicht schlecht. Ja, deswegen musst du dir was ausdenken. Ich hab mir was Fantastisches ausgedacht, aber es funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja. Ich überlege, ob ich mir noch Flügel mache. Und ich weiß es nicht. Wir haben noch zwei Sekunden. Ist okay. Weißt du, es gibt Schlimmeres. Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich sag's, wie es ist. Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Es geht los mit dem Thema Easy Cheesy. Und da kommt unsere erste Kandidatin. Gut. Oh, guck mal. Wow. Ich würde sagen, die hat bei der Essenz wirklich eingefangen. Okay, fünf Sterne. Der gibt's nur fünf Sterne. Ja. Also, die würde ich schon gerne auf dem Treppchen sehen. Oh, Mist, jetzt hab ich vergessen zu waufen. Aber... Ich auch. Das ist ja blöd. Und alles Käse kommt auf die Bühne. Ah, okay. Guten Tag. Ich geb dir die fünf Sterne, aber nur, weil du es bist. Da ist die Easy von der Cheesy. Yeah. Das ist ja auch Cheeken hier mit dem Einhorn. Da kriegst du die Mitleidspunkte. Die Mitleidspunkte. Und richtig, Ronja. Guck, mein Problem war, ich hab kein pinkes Outfit. Und ich hab lange nach den Ohren gesucht. Und das sind nicht mal die richtigen Ohren. Ich find's mega süß. Ich find, das sieht mega süß aus. Ja. Sowas würde ich anziehen. Sowas würdest du anziehen? Ja. Nicht unbedingt. Aber ja. Guck mal, was meinst du? Die sieht aus wie ich mit schwarzen Haaren. Ich geb einen Stern Abzug, weil es nicht die blonden Haare sind. Aber vier Sterne. Vielleicht findet sie das besser. Ja, aber du musst ja bei einem Thema auch mal das Thema sehen. Und nicht, was du besser fändest. Okay. Es tut mir leid, aber ihn hier. Ich weiß nicht. Es ist eine Themenverfehlung. Es ist weder Käse, noch bist es du. Es ist einfach nur... Was ist denn dieser Hut mit der grünen Irokesi, die da rauskommt? I'm so cool. Sie ist Barbie. Guck mal, sie hat ein Barbie-Shirt an. Ich weiß nicht. Ich fühl's nicht. Mit Pommes. Es tut mir leid, aber das sind drei Sterne von mir. Sie hat's versucht, aber... Ne? Ja, okay. Mit mir kann sie sowieso nicht konkurrieren. Ist ja klar, dass ich die Beste war. Und jetzt auch Platz 1 sein werde. Ist ja logisch. Wer sonst? Wer und? Hab ich doch gesagt! Yeah! Ich muss sagen, ich freu mich, dass die wirklich den Käse gemacht hat. Einfach auf dem dritten Platz. Das ist gut. Aber wir beide zehn Punkte gegeben haben zusammen. Nice! Okay, easy. Ich spür einen Win für mich. Weil weißt du, was das Thema ist? Nein! Du hast es nicht wirklich getan. Du hast es nicht getan. Oh nein! Oh, na toll. Na toll. Ciao. Alright. Ich weiß selber nicht, was ich mache. Ich mach den Minecraft-Skin. Ich glaub, ich mach den Minecraft-Skin. Ich weiß nicht, aber du hast lange, glatte Haare im Minecraft- Nee, du hast Locken. Ich hab Locken. Ich hab Locken? Warum hab ich eigentlich Locken? Ja, so hast du ein bisschen, hast du... Ja, bei Minecraft schon. Bei Minecraft schon. Also, Stück aus, ja. Da hast du wohl einen Fehler gemacht. Ja, genau. Tut mir ja leid, dir das sagen zu müssen. Ja, sorry. Locken. Es tut mir leid. Okay. Ich versuch gerade die richtige Frisur. Wie läuft's bei dir? Ich hab ne einwandfrei... Ich hab vergessen, die einzufärben. Ich bin idiot. Okay. Kann passieren. Weißt du, vielleicht nehme ich einfach eine von den teuren Haaren, weil... Weißt du... Die haben alle keine Locken. Also, die sind weder blond, noch haben die Locken. Weißt du, ich kann auch die pinken nehmen. Ich mache generelle Umänderungen auf die pinken Haare, die jetzt glatt sind. Ich gehe fürs echte Leben. Okay. Ich weiß besser, wie ich im echten Leben aussehe, als wie bei Minecraft-Skinnen aussieht. Ist mir leid, aber es ist so... Das ist gut, dass du das weißt. Ich sollte es wissen, wenn es mein Skin ist, aber ich weiß es wirklich nicht. Also, ich hab's nicht so gut vor Augen. Du hast, äh... Im Minecraft hast du so ein Sternenoberteil an, so ein bisschen, ne? So dunkelblau. Das ist so ein Galaxy-Ding. Ja, ja. Ja, ja. Gibt du was? Hm? Gibt es hier so was? Das kann ich dir nicht sagen. Das wäre ja Schiebung, ne? Das wäre... Als ob du das nicht weißt. Ach, du weißt es, aber du willst mich nicht unterstützen, oder was? Ich weiß es auch nicht. Ja, genau. So. Also. Ich habe... ein Gesicht... mit Augen... Nein! mit einem Mund. Aber... Ich nehm das. Wenn das jetzt komisch aussieht, was es tut, dann haben wir Pech gehabt. Es ist wie es ist. Manchmal kann man nicht alles haben. Bonja, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Gesicht hast. Doch, doch, hab ich. Ich nehm jetzt... Ich nehm jetzt das. Sieht süße aus. Okay. Weißt du, manchmal muss man für die Schönheitsoperation gehen. Die man... Ja, genau. Aber vielleicht habe ich sie ja vor. Vielleicht, ja. Ich habe auch schon bei meinerin gedacht, mir die Füße vergrößern zu lassen. Ich habe immer noch nichts an. Oh nein, jetzt geht es mir wie dir. Bist du? Aber mir geht es schon wieder so. Ich habe nur... Weil es kein Galaxy-Zeug gibt. Wirklich nicht. Gell? Okay. Ne, meint es nicht aus, als wäre ich irgendwie eine gefailte Business-Unternehmerin. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist perfekt, was ich habe. Och, ne. Ja. Wenn du jetzt auch noch meine Kategorie gewinnst, ne? Dann gibt es aber hier. Yeah! Das wäre... Oh mein Gott, das wäre so nice. Das wäre einfach nur peinlich auf einem neuen Level. Was ist denn mit dem hier? Das sieht ein bisschen... Ne? Aus. Come on. I gotta win this. Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Äh, ich nehme das. Das sieht süß aus. Ne, das kann ich nicht nehmen. Das sieht so ähnlich aus wie das aus letzter Runde. Ich will hier kein Blödi sein. Äh, der Stress. Die Zeit, sie tickt so schnell. Überhaupt nicht. Halbe Minute noch. Das schaffst du das. Ich glaube an dich. Das ist sehr optimistisch, aber ich nicht. Okay, was... Ich bin mir sogar sicher, dass du mindestens auf den zweiten Platz kommst. Nach mir. Ey. Natürlich. Hier, das ist gut. Das sieht aus wie was, was ich tragen würde. Okay, das ist wunderbar. Wunderbar. Okay. Ich habe jetzt noch entspannte 20 Sekunden, in denen ich rüber zur Accessoiresabteilung jogge. Und mir ein paar... Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich so ein Headset auf. Willst du Flügel tragen? Aber ich glaube, hier gibt es kein Headset. Deswegen nehme ich jetzt diesen... Und? ...diesen Reif. Oh Gott, nein, nicht diesen Reif. Oh nein. Kriegst du es noch geändert? Ja, aber es ist jetzt die gleiche Farbe wie meine Haare. Jetzt sieht es aus, jetzt hätte ich kleine Hörnchen. Oh, ich bin gespannt, das zu sehen. Aber ich habe bei dir auch kein Headset drauf getan. Ah, okay. Okay, aber das ist schon mal gut, weil das setzt mich nach vorn. Mal gucken, was die Leute drauf machen. Ich bin gespannt. Die Leute, die machen jetzt einfach irgendwas. Ich bin gespannt. Ui! Honestly? Das bist du im Real Life. Also, ich wäre gerne ein bisschen brauner, also so wie sie, aber... Ich gebe ihr den Kopfstern. Ich gebe es richtig gut. Ja, also sie hat es. Ne? Das ist, was ich gemacht habe. Das sieht voll blöd aus. Ich finde die Haare mega toll. Oh mein Gott, die Hörner! Ja, guck, das mit den Hörnern war nicht so gedacht. Nein. Das wäre schwarz gewesen oder so. Ja, ich weiß. Das war eine Verzweiflung. Aber es war cool. Ich nehme den Abzug von den Hörnern. Das ist okay. Ich habe einen Schrott in fünf gegeben. Das ist, also... Den Mund habe ich beim Käse verstanden, aber... Nee. Sorry, ich gebe drei. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hi. Ich finde es ja grundsätzlich süß. Aber... Und... Ah, das Käse ist am Start! Oh mein Gott, deins ist so gut! Deins ist so gut! Yeah, I know it! Oh mein Gott! Ja, danke. Du hast sogar die... Oh mein Gott! Easy. Ich war über die Karriere als Modedesigner nachgedacht. Und du bist bei mir gerade ins Wasser gefallen. Du bist nicht wieder hochgegangen. Du bist einfach nur so... Ja, diesmal nicht. Was hat er hier gemacht? Er ist, äh... Er bist du in der Höllen-Version oder sowas. Aber wenn ich ein Kerl wäre... Ja, genau. Oh, jetzt habe ich vergessen zu behaupten. Warum passiert mir das ständig? Ich weiß es nicht. Sie ist die Reichste! Weißt du... Ich habe exakt genau so eine Tasche. Die sieht original gleich aus. Im echten Leben. Aha. Oh, warte. Hier, sie kriegt sie... Oh, vordermicht. Ich habe ihr acht Sterne gegeben. Kein Problem. Okay, gut. Ich wollte vier geben. Dann hast du vier für mich mit. Ja, perfekt. Passt doch super. Okay, komm schon. Bitte. Okay. Das gibt es nicht. Der weiße Typ. Der weiße Typ ist vor mir. Alles Gute. Das war's für diese Folge Fashion Famous. Das beste Model ist mal wieder easy cheesy geworden. Das ist ja auch unfair. Also guck, die Leute, guck mal, die wissen, wer du bist und geben dir eh fünf Sterne. Das ist ja auch nicht recht. Ja, genau. Also ich sage hier ganz klar, ist ein Fall von Schiebung, ne? Also... Ja, ja. Ich habe sogar gegen den Weißen verloren. Nicht mal einsehen kann sie ihre Niederlage, diese Ronja. Wir eben noch ein bisschen. Wir eben noch, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns mittwochs mit mehr Roblox oder sonntags mit mehr von dem Minecraft-Format, was keinen Namen hat, aber was wir auf Bauernhof nennen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.